Für unser Unternehmen ist das eine tolle Auszeichnung. Wir machen das erste Mal bei den Steve Awards mit, haben direkt drei Preise bekommen. Einmal für die Unternehmerin, also ich bin hier mit meiner Chefin Alexandra Knohren, und dann für CSR-Aktivitäten, ich glaube, da steht die ganze Firma zu. Das macht uns alle stolz. Viele Mitarbeiter sind da sehr engagiert dabei, auch für Sponsorenlaufsist, für Viacom Aqua oder für ein... sozusagen umweltfreundliches Verhalten, dass wir zum Beispiel keine Plastikflaschen in der Firma haben. Solche Sachen gehören für uns alle dazu. Und das andere ist auch der dritte Preis, den wir bekommen haben für unsere neue Webseite. Das ist ein ganz toller Preis. Es war eine sehr große Arbeit für uns und eine Leistung vieler Mitarbeiter, die da sehr viel Zeit und Herzgut reingesteckt haben. Und das ist dann schön, wenn so etwas honoriert wird. Und da sind wir durch viele Täler gegangen. Und schön ist, wenn es nachher ein tolles Ergebnis gibt. Und deswegen ist es toll, dafür Preise zu bekommen. Also wir nutzen die Auszeichnung für Marketingmaßnahmen. Und wir haben einen Bereich auf unserer Webseite, wo wir die Preise, die wir gewinnen, darstellen. Wir gewinnen viele Preise, was sehr schön ist, und die nutzen wir als PR-Aktivitäten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.